25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag ist ein Beispiel für Versöhnung, für Partnerschaft, für Freundschaft. Nicht nur in Europa, sondern auch in der NATO, in der OSZE sind wir Partner. Es gibt das Weimarer Dreieck zwischen Frankreich, Deutschland und Polen. Das zeigt, dass es hier eine intensive und gute Zusammenarbeit gibt. Und das nach 25 Jahren positiv zu würdigen, das halte ich für sehr wichtig.